Wo ich hier wieder hinkomme? Okay. Hier unten war ich auf jeden Fall noch nicht. Es scheint hier auch die richtige Stille zu sein. Ah. Hallo, Sir. Willkommen in Wavy Willers Wasserpark. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, hallo. Ich habe mich gefragt, wo der Kasten für die Post ist. Der, mit dem man die Sondermarke aufleben kann. Nice. Oh, den finden Sie beim Eingang zum Krokodossus Mountain. Gleich da drüben. Was mache ich hier? Öffne das Wasserventil. Ah, das war eine andere. Ventil ist bereits aufgedreht. Gut. Durchsuche den Briefkasten. Lalalala. Ich durchsuche den Briefkasten. Kopieren nicht gestattet. So, Miss, mit diesem Schlüssel können Sie die Schließkassette mit allen Beweisen öffnen, die Sie brauchen. Ich habe Ihnen den Schlüssel geschickt, weil er die Wahrheit ans Licht kommen lassen wird oder was auch immer. Freddy´s Identifikationsarmband. Wo finde ich denn Freddy? Ein bisschen weiter weg. Hüpf, hüpf. Wir gehen mal hoch. Die Richtung ist schon gut. Ja. Huch. Hier könnte man auch mal mit dem Kroko-Man So, ein bisschen Foto machen. Oreo, ein richtig schön grün. Ja, okay. Verbessern. Wir verbessern das. Sieht auch gut aus. So. Da muss ich hin. Ich sehe aber gar nichts. Ich sehe nichts markiert. Hallo, Freddy? Freddy? Ich denke mal hier. Schätze ich. Ähm. Jo. Kitsikyo, beschützt Ihre Kinder. Äh, das sieht auch cool aus. Das sieht auch cool aus. Hm. Ein bisschen Vintage. So, jetzt muss ich wieder zurück, irgendwie. Was? Was? Ist das Crips? Haha. Oh, hier sind ein paar mehr. Da ist ein... Was ist denn da los? Und Feuer! Burn, baby. Burn. Ich muss wieder zurück. Richt... Nee, jetzt muss ich wohin. Was denn jetzt? Ach Gott. Okay. Wir müssen zum Post Office. Da schauen wir mal irgendwas. Abgestützte Raumstationen. Da war ich auch schon mal. Da gab es, äh, einen Schatz. Das war den einzigen Schatz, den ich bisher in dem Spiel gefunden habe. Bei der abgestützte Raumstation, die man jetzt aber so nicht sieht. So, ich muss, äh, rüber, ja. Hey, warte mal. Ja, doch, ist richtig. Ich geh mal. 900 Schuss noch. Was? Was seid ihr denn für Viecher? Gebt mir euer Fleisch. Die wollten mir das freiwillig geben. Kann ich auch nix für. Da hat man ja gesehen. Die sind auf mich, äh, auf mich zugestürmt. Auf das ich sie erlöse. War ich hier nicht schon? Da war ich schon in der Stadt, ja. 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 So, schicke alte Kirche. Ich grüße dich. Okay. Was soll ich jetzt hier? Ich schwere, ich soll zum Post Office. Wo ist das denn? Da. Ich bin gleich da. Sekunde. Noch mehr. Freunde. So, das war es schon. Kurz mal hier ein bisschen gucken. Schießpulver. Alles klar. Munition. Nehmen wir alles mit. Da unten ist auch noch eine Kiste. Fast übersehen. War auch nur fast. Dankeschön. Wer hüpft ja da draußen rum. Ich komme auch gleich mitspielen. Jo. Gucken wir mal. Was soll ich hier machen? Äh, Schließfachnummer. Zu vermieten. Ich, nee. Was? Kontrollpunkte erreicht. Okay. War wohl doch das Richtige. Was? Repariere das. In einer Bastel-Werkbank. Ich soll da was reparieren? Oh, warte mal. Ich bin noch nicht fertig. Den Namen durchsuchen. Schädigt. Ey, schmeiß mich noch nicht wieder raus. Okay. Bastel-Werkbank. Bin ich denn jetzt? Jetzt muss ich wieder... Och. Leute. Echt jetzt? Ich gucke mal kurz hier nach den Bierflaschen. Das spricht mich gerade irgendwie an. Ich weiß gar nicht warum. Mal ein bisschen Aluminium. Tja. Huch. Hier gibt es wieder viel Zeug. So, dann machen wir mal eben hier einen auf Flaschensammler. Wo sind sie denn? Und wer hampelt denn hier noch in der Gegend rum? Äh, wir Flaschensammeln. Wo denn? Ein Huf-Eisen. Düm, düm. Ach, ich bin unnüchter. Hier draußen. Schönes Abendrot. Hier im Schützenverein. Hier soll ich Bierflaschen sammeln. Das ist ja merkwürdig. Gezackte Mistgabel. Diese vier Flaschen? Oh, tatsächlich. Warum nur? Was kriegt man hier für komische Aufgaben? So. Zehn Bierflaschen gesammelt. Dufte. Jetzt können wir da noch einen Automaten reparieren. Und, äh, hier können wir nochmal das alte Haus durchsuchen. Das machen wir mal eben. Ach, ich bin überladen. Das ist natürlich doof. Dann, äh, gehe ich jetzt mal hier rüber. Und da gehe ich nochmal eben hin. Und dann werde ich auch gleich mal die Aufnahme-Session beenden. Hier gibt's noch mehr Bierflaschen. Oh, was haben wir denn hier? Vergiftetes, ausgetrocknetes Seebett. Interessant. Zuzo. Zuzo. Kutsch. das ist aber hier keine Aufgabe ich gucke einfach nur mal so und wie ich am besten rüberkomme gibt es hier noch irgendwas ich bin ja neugierig eine Angel und Fisherman's Friend hier oh schnell durch das Wasser schnell sagte ich so es ist hier alles nicht sehr gesund Platz alles klar wo kommen die denn her hier warum sind denn hier Augenbutts hier am Arsch der Welt da ist ja komisch schön siehts aus so dann bin ich wieder ich musste mal kurz ans Telefon gehen das ist auch eine schöne Sicht ok also wo wollte ich hin darüber dann gehen wir da mal hin und dann muss ich mich gleich nochmal aus und einloggen weil ich ja wieder intelligenterweise die Rüstung verlassen habe dieses langsame gehen reizt meine Geduld die nicht vorhandene auf einmal haben wir wieder zig Sachen die da stehen oh guck mal ich kann sogar ich komm sogar da drüber was ist das eigentlich für ein Gebäude auch interessant Black Beer Lodge Black Beer Lodge oh schön hallo ist da jemand hier wieder guck mal da ist wieder hier sind hier sind so komische Tiere ok sonst erkennt man die besser ja ja der ist schon auf oh hier gehts auch nur runter natürlich natürlich hey oh was haben wir denn hier alles wieder was zum braun ja ich muss hier noch nicht alles mitnehmen ich greife hier einfach mal so in die vollen schöpfe ein bisschen ab ich bin der Jagdführer der Black Beer Lodge eigentlich nicht ich habe einige es zählt aber jedes anbenehmige Stelle so so na dufte angler skorpion aber ich muss immer noch immer so repareieren ja Patronen nehme ich immer gerne aha und bitte nicht zu knapp Dankeschön so repariert persönliche Information ist achso achso ich habe auch nicht ewig Zeit da um irgendwas platt zu machen ok dann sollte ich das mal tun oh hallo Kollege Kollege hätte ich sie hier mal anmelden können so so moin so also wo muss ich hin hier direkt vor der Tür so moin so also wo muss ich hin den den schaue ich mir mal an aber ehrlich gesagt also ich gehe jetzt eben raus und wieder rein dann mache ich die Aufgabe nochmal also Sekunde mal so jetzt bin ich wieder da und ja leider ist die Aufgabe jetzt weg und ich kriege sie auch nicht mehr da unten ich dachte ich könnte jetzt einfach nochmal in den Automaten und mir die Aufgabe nochmal holen naja gut dann gehen wir halt hier rüber ich kann nicht reisen mit Feinden in der Nähe natürlich nicht Sekunde ich gucke jetzt nochmal ich warte zwar gerade dran ich gehe jetzt nochmal dran an den Automaten melden sie sich noch heute für ein Jagdtoni an es sind ja bitte ich bin der Jagdführer 4000 ich verwalte das Wild der Black Bear Lodge um dem Wild eine faire Chance zu geben werden alle Jäger gebeten sich beim Schießen in einem Umkreis von 10.000 Metern aufzuhalten was melden sie sich noch heute für ein Jagdtoni an versuche ich doch hä ja keine Ahnung wo ich mich da jetzt anmelden musste ich dachte das wäre hier gewesen egal egal Sekunde mal ich trinke mal mit ich futter mal was und jetzt gucke ich mal ob ich jetzt reisen kann hier rüber nein natürlich nicht verflickst noch eins so jetzt vielleicht was ach du scheiße bin ich echt so überladen ach du heiliges was habe ich denn da ja ja ein Jagdgewehr das kann natürlich weg ein Western Revolver kann natürlich weg und Kleidung hä habe ich habe ich habe ich den D45er Helm mitgenommen warum rum ok dann packe ich den auch mal weg den brauche ich natürlich nicht und hier den Roboter Dings brauche ich auch nicht und das haben wir ansonsten auch so sehr viel Schrott Wahnsinn sehr viel Stahlschrott und auch sehr viel anderer Schrott so jetzt warte mal eben zack Psychobuff so jetzt gehen wir mal eben rüber an der Stelle in der Stelle können wir uns auch mal eben ausmisten hoffe ich Moin jetzt kann ich ein bisschen handeln jetzt habe ich aber natürlich nichts da was ich handeln kann doch hier Baseballgranaten kannst du haben ach guck mal das habe ich gar nicht gesehen Kryogranate Minen habe ich auch so Aufbe... ganz viel Buff Out so 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 natürlich auch das so das kriegen wir so oft hallo so so da können wir ein bisschen aber da kommen wir kommen ein bisschen mehr hier ja noch Zuckerbomben Vodka keine Ahnung was mit diesem Special hier soll Stimpax 37 haben wir da mittlerweile hier hier auch mal ein paar verkaufen das ist aber auch nicht mehr ganz so schwer hier kann ich auch ein paar verkaufen Hallo so so Schrott Sekunde mal alles klar alles klar alles klar so 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 so